so moin moin und herzlich willkommen zum neuen video bei ratings inside ja eigentlich wollte ich gar nicht mehr spielen aber weil es unbedingt gewünscht wurde wir machen wir jetzt jäger staffel ja ausnahmsweise nicht wundern da bin ich nicht gerade der beste und ja wir suchen jetzt ein match also ich habe das noch nie gespielt ehrlich gesagt die jäger staffel glaube ich oder wenn dann ist ein oder zweimal jetzt ganz sicher und dann legen wir so gleich mal los jäger staffel außen post den beta auch scheiße leute jetzt seht ihr wie man richtig verreckt wie man richtig stirbt leute 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 alles spiel so lange wäre deswegen muss ich gehen komm schon ja drück um weit zu treten ja das attackiere feindliche truppen transport an verteidige treine stand und die seite die meisten die seite die meisten herr ist für das seite ach so die die meisten arten die die meisten schwingen nur ein die gelesen schiffe zerstört gewinnt ja das nehmen wir wir nehmen der leute 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 die jäger wir nehmen jäger einfach mal ein jäger und wir uns auch so auch wenn wir damit überhaupt nicht umgehen können geht damit ab wir jagen jetzt die als der fall hier und er wird dann noch mal der hatte durch den so verpackt hat auch gleich mal nur 550 50 50 die stütze die manövertretung der rakete man schlug scheiße leute die wurden richtig lieber gemacht hier vom x-wing wie sie ja wissen ob bei den bösen ist auch etwas schwächer meiner meinung nach die haben etwas die schwächern lieber wenn ich mir einfach mal gehen hier den abfänger ausweichen macht man so ok ja da ist ja einer bekommen nein ja 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 beschädigt nein nein das war das was war das jetzt wir nehmen die jäger lieber der sagt doch besser leute mehr power mehr packs und mehr trädig schmachtigkeit so nein was ist das der deutsch ist so viel bewegen nein 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 bleibt da böse flieger bleibt da alter bleibt doch oh ich wurde getroffen wir müssen das ausweichen wir machen jetzt und auf taktik 5 und schalten hier kann man ja die toupees abführen jetzt wir haben es geschafft fürs erste jetzt gehen wir wieder in die gegner rein also nicht direkt in die gegner zu versuchen das welche abzuschießen so meint ich doch aber wir haben leider keinen bevor nun glaube ich gerade etwas vom gegner geschichten wenn ich mich nicht hier war aber ein glück ist nichts passiert sieg sieg leute jetzt wir haben es geschafft auch wenn wir gerade mal 40 punkte erreicht haben hier geschlecht nein wir sind noch erst mitten reingejoint das spiel habe ich auch nicht zum ersten mal aber nicht so oft letzte mal habe ich glaube ich jetzt letztes jahr irgendwann gespielt ich bin ganz so sicher das habe ich jeden fall das ein zweimal gespielt ehrlich gesagt die jägerstaffel hier ja noch eins geht leute würde ich sagen einer geht noch ein geht noch nein da gibt es dazu nur einer geht noch nein so außenposten beta jägerstaffel so starten wir jetzt mal und hier sehr magisch spannend weil einer geht noch einmal jägerstaffel geht easygoing getrackt an beitritt läuft dabei sind auch wenig spieler tonne guck immer wir sind es sind das spiel wird gestartet ja ich weiß gestartet wird aktiviere die feindlichen transporter ist sogar ausgleichschau wir sind bei den guten dieses mal naja war gut dass wir das noch mal gemacht haben jetzt sind wir die guten nice leute nice ja wobei es auch logisch irgendwie die das war jetzt die guten ist aber trotzdem nice wir hätten den kriegen können also der hier ist geil nein 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 der macht nun dreht sich zu viel ja 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 vorher doch oh ja bleibt doch da ja 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 nein dann muss noch mehr da ist ja gar nichts los naja gar nicht so viele drin jägerstaffel irgendwie jägerstaffel hat ja wir wurden getroffen ausweich manöver schutzschildes an gut leute ist schon mal die hauptsache so er darf einer ja 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 haben wir nicht zerstört nein beschädigt scheiße ging einfach kein kill irgendwie ich weiß und warum kann das hat das hier überhaupt topido dinger ja 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 jetzt 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 wir haben wir haben wir haben wir haben wir haben ihn yes fuck 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 leute wir haben ihn voll übersehen das war jetzt nehmen wir mal den asien da habe ich schon mal mit glaubte war scheiße sie haben schon mal genommen schon länger her habe ich glaubte war nicht so gut aber man kann sich ja auch ihren von der lenkung es ist schon mal lol es ist richtig geschmeidig so wie butter Wie Margaride Manch Jiang là dô ja ja wieder beschädigt er macht wieder die umtrehung die drüge so hätte jetzt wo er kommt nicht gut oder wo die weg gebombt der jahre wir hatten hier hatte die visier aber leider jetzt ja fahrzeug beschädigt haben wir es nee wir haben es nicht verteidige ich habe es gern gelesen zurück in die schlacht lol nein nein ich will die sterben ja genau du hast dich zu weit verlaufen ja schon klar also der ist auch ganz nice aber nehmen man wieder den schütteln wirkt einfach ab eigentlich schweißen und jetzt nicht so richtig verbombt von den anderen aber so lange ich beide recht gut da jetzt nein 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 ausweichen über schnell schnell schützer werden pilot pilot einfach nur naja es geht aber eigentlich ich werde ich verrecken öfter hier weil ich das liegt schon nicht so oft gespielt hat ja 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 komm schon die abfänger eins zu drei ich würde eigentlich annehmen egal nehmen wir nichts mal daran ja da kiro das imperialer schifter wo ist denn das ich brauche irgendwie nie zu wo ist da oben fliegt oder ja da oben ist es warum schießt da denn keiner drauf ja zerstört dann einfach garใen ja wir haben ihn jetzt ja 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 jvi haben ihn wieder ein kill rissen endlich tausende jahre später machen wir das ist wirklich ein tbl ist noch ein kill jetzt sind wir drin würde ich mal sagen leute jetzt läuft sie richtig wir müssen aufweichen wir werden beschossen 00 würde ich sagen er fliegt uns hier ganz schön weg jetzt golden sniper der snapt einfach der sniper mann jetzt nehmen wir ab in gott habe ich bin mal gespannt der 1 top ist das für eine rakete ach die da sogar 2 ja ja komm ja mir doch fast wo jetzt macht er die umtreibung will uns entkommen aber dies wird er jetzt will er abhauen aber er wird uns so einfach wieder und ziemlich los wo ist der zinn oder er hat seit da ist so ein anderer oder leute könnt ihr mal die kommen schreiben was ihr meint ob das der ist von vorhin ob das ein anderer zurück in die schlacht lol jetzt freuen wir aber auf den ging jetzt gegen den jäger rein leute dann kriegt er vielleicht etwas schaden nein sieg wir haben es geschafft weil wir haben gewonnen der sieg finale hoher 3 zu füllen wird nicht so wirklich prickelnd aber wir haben gewonnen leute jetzt sieg 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 er ging jetzt natürlich nicht so viel weil wir haben ganz einfach und über sich noch mal fried auf der giganten heißt die mehr wenn ihr sie selber mal ja spiel wird aber kann sie ja nicht raus suchen aber nur sie weiß ist wie sie heißt ja das war ich hoffe es hat euch gefallen bis zum nächsten mal bei wenig sind zeit und ihr könnt gerne ein like da lassen